Sein oder nicht sein, das ist hier heute die Frage in Dark Souls und damit Willkommens. Beim nächsten Mal haben wir Wammus getroffen, ins Gesicht, nein, wir haben ihn gefunden, haben uns, na, du bist aber eine unwillkommene Hackfresse. Aua, mein Gesicht. Könntest du bitte wie die anderen auch in den Tod springen oder so? Das wäre echt cool. Autsch. Das war nicht in den Tod springen. Ja, komm. Ich frage mich immer noch, was die für eine Range haben. Prügel ihn nieder, prügel ihn nieder. Okay. Brr. So. Oh, was sagt uns unsere Laternen? Gott, das ist ja noch einer von euch. Prügel ihn nieder. Okay, ein Hitverträgter noch. Brr. Okay. Axis denied. Mir gefällt es da unten nicht. Die Leiter scheint nicht so tief zu sein. Yeah. Ich hab mich vertan, die Leiter war tief. Ich würde gerne meine Wahl nochmal zurückziehen. Ich hab das Gefühl, ich kann man diesen Bogenknecht nicht ran. Aua, mein Gesicht. Autsch, mein Kopf. Äh, ist der andere da gerade? Oh, guck mal. Hi. Aua. Hey, der kann auch treten, ey. Alter. Die OP ist dann bitte der Entritt. Nein, 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 nein. Okay. Kommt man hier lang oder werde ich hier sterben? Ich werde hier sterben. So, ich brauch dringend das nächste Bonfire. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein. Oh nein. Ich hab das Gefühl, ich hab ja ein Déjà-vu. Hm. Also da geht's nicht weiter. Können euch sowas blaues? Das ist mir schon mal sehr gefallen. Kann ich einfach runterklettern? Ähm, ja. Geh mal. Kann fressen dich. Was ist denn das da? Drei? Oh, sind vier. Es sind fünf. Ich bin sowas von tot. War sowas von tot. Merken da nicht runtergehen? Hm. Vielleicht hätte ich da vorher noch runterschauen sollen. Aber auch nur vielleicht. Oh Gott, jetzt liegen da noch mal so. Oh Gott. Aber. Die, 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 die. Uchigatana plus für hünfte, die, 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 die. Das riesige Bonfire. Weiteres Einfachen ist übrigens nicht mehr möglich. Sprich, wir sind so zu ziehen, ja, unsachen. Äh, Estus Maximum. Was mir auch nicht stören soll, 20 reichen mir persönlich mehr als genug. und so brauchen wir werte die wunderlich also das heilungswunder dankeschön ja das habe ich gesehen ich glaube nicht dass das reichen so die schilder hoch siebenhundert da ein drei menschen auch warum muss er denn noch anvisieren für die kamera doch gerade aus ich schaue gleich nach wo das nächste bonfire ist mach ich gleich sogar wahrscheinlich wirklich da muss doch irgendwie einen einfachen zugang haben also einen einfacheren riech weg So, hui, hoch, suddenly random, äh, random appeared items, zerschlagen wieder die Einrichtung, als ob die Bude hier ihnen gehören würde, so, schon habe ich meine verlorene Energie wieder, wieder, so, wenn die Sklette wenigstens immer totbleiben würde. Puh, wenn ich da jetzt wieder irgendwo abgebreitet wäre, ich hätte Amok gelauft, gelauft, wiii, erst mal ne Flask, rala, so, ich bin hier, um dich zu besuchen, zu allererzt benutzt ich das hier, plopp, ja, das sollte eventuell reichen, schnell mit Material zur Verfügung, ja, mal ne Clashen, hörme, Clashen, hier, herrschte Feuer, äh, wir können das später noch zu Chaos-Klinge umwandeln, aber, will ich nicht, mach ich nicht, grüne Schere, haben wir zum Glück genug, muahaha, oh ja, Feuer-Uchigatana plus 6 oder Chaos-Uchigatana? äh, die Chaos-Sachen skalieren alle mit Menschlichkeit, sprich, da möchte ich nicht wirklich was drauf haben, sondern dann lieber, hier, so ein Feuer-Uchigatana plus 6, kann ich den noch weiter verstellen? Pff, oh ja, nice, oh, Feuer-Uchigatana plus 8, so, wir wollen ja mal gucken, wollen mal gucken, oh ja, und es bürnt, 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 der Ring of Fire, pinnen wir um die Eier, ich frage mich, ob die echt noch respawnen, wenn die tot sind. Ne? Moin, Knochen-Rutsch, 80, ich habe nur 90% Block, ok, nein, nein. schlechtes lachen hier einfügen wollte hin also sommerstoß verkauf dieser aber da hinten ja komisch das letzte mal nur zwei kam das gefällt mir das macht einfach viel mehr schein als es so schwer sagt sagt halt das habe ich gehört so dann sind wir auch wieder hier erst mal noch ein flask ist nicht so als ob wir es nicht hätten so dann müssen wir irgendwo rechts runter springen war da nicht so was ich bin aber froh dass diese riesen viecher tot bleiben so hier haben wir nichts mehr ich weiß dass wir hier lang gegangen sind ja wir waren auch hier runter gegangen da wollen wir glaube ich nicht hin wollen wir da hin vielleicht ja da wollen wir hin kommen wir aber nicht wo ist wieder von der anderen seite ran doch noch ist doch von kirk ach weißt du was wenn wir schon mal hier sind wo haben wir es denn wo haben wir es denn firefox 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 darks darks blablabla blablabla uh tomb of the giants tomb of giants warping point at the bottom of the third and last sliding bridge also d 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 steht cool naja das gefällt mir etwas bewusst nicht im kaufsblick gemacht weil ich ja die chaos sachen sind stark ich möchte mir vielleicht später mal ein chaos waffe machen einfach das to the show so aber nicht jetzt so wie werdet ihr euch verhalten du wirst nicht drunter aber unterbitter danke lieber bei dort kann es tut der andere sektort heute so hier lang wo wir hier rein und schon der erste Fluss weg Hallo wenn man es was geht das ist bei dem kein One-Fall es gibt mir noch die Zeit auf die Nerven ja so wie ihr Knechte das tut doch weh ich hab's kommen sehen alter jetzt es gibt mir noch mal ne Pause um mich mal eben zu schlucken um mich mal eben zu schlucken Zitat LinkedIn 2014 und auch Gott die Fische sind so nervig die Schaden aber die Nerven einfach nur also die könnten Schaden machen wenn sie es mal schlauer anstellen würden ok ich sag nichts ja komm komm dran hier ihr Knechte Knechtinators so es kann nur eine Knechtinator Gruppe geben die besteht schon aus vier Mann und ihr seid keine davon so ja wir haben in Skype echt eine Knechtinators Gruppe wie wie die Beene Repeat ich sie und mir sind die Knechtinators praise the sun and our t-stuff so meine damen und herren ja verstehen sie ein fallschaden nehmen ja nur um hier zu leuchten dass meine ausdauerregeneration erstaunlicherweise senkt schnelleres leiter rutschleiter wäre echt geil okay dann gehen wir mal den regulären weg an ihm unsere sachen was ja glaube ich nicht viel aber doch ziemlich viele seelen ja könntest du bitte wieder hochkommen ich sehe da hinten nix alter wie viel schaden das macht ich brauche mehr rote brocken ja brenne jonas okay wir spawnen also doch so hier ist ja die erste rutsche brücke yolo da möchte ich nicht lang gehen aber hier ist auf jeden fall die zweite yolo da ist der hinter ihm ist noch kann ich gut daran erinnern dass sie das letzte mal nicht gemacht haben muss ich denn dann hin ich will doch nur das scheiß bonfire haben okay you know what like the event went full yolo mode wo ich raste jetzt einfach rüber weme niam kein rücksicht auf verluste scheiß auf 9000 sehen muss hier in anderen london nur neun gegnerknecht nicht mal neun gegnerknecht nix Und genau dann tritt er natürlich zu, wenn er nicht rückzutreten soll. Ich kann aber eigentlich mal schauen, was mach ich mal eben. Oder dachte, wo in den Katakomben vielleicht noch ein zweites ist. Katakomben, die Katakomben. Ein zweites ist neben der Switch-Mechne und kann bei der Rehung der Illusory-One neben der Leiter. Was? Ich glaube, da ist das hier immer noch am nächsten. Kann man abgehen. Okay. Okay. Ist der andere auch schon runtergefallen? Das ist aber herzendet, alle liebst. So. Ich dachte, jetzt fährt er ganz runter. Ralo. Ralo wird konturiert, du. So, hab ich die Sunlight. Sunlight, ja, die hab ich dabei. Alter, ist die hell. So, jetzt muss ich jetzt mein Schild dann nicht mehr aus der Hand nehmen. Ja, aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Ich merke schon beim nächsten Mal kein YOLO. Oh, ja. Okay. Das Vieh lebt übrigens noch, ne? Wir haben uns gerade eine lebende Male auf den Kopf gesetzt. Für Licht. Das muss man sich mal vorstellen. Okay. Das bringt genauso viel wie die Laterne. Das gefällt mir. Äh, okay. Müsst du jetzt heller geworden? Ich versteh's nicht. Also, bei denen spielen wir wahrscheinlich echt eher auf Distanz. Ich freue mich, wie ich darauf komme. Plop. Warum bist du heller geworden? Würde ich vielleicht nach alle tausend Seen mal heller oder so? Vollkommen wirkungsunfähig, aber lebendig. Oh. Dieser Tritt, ne? Der ist so OP. So. Ich würde ja gerne sehen, wo ich dann hin müsste. Weil ich halt... Das nächste Lichtlein ich sehe. Oh, sehe ich das richtig, dass die noch drei Stangenangriffen tot sind? Okay, Problem gelöst. Sehr gut. Oh, und hier ist... Yeah. Da ist er. Der Knecht. Bonfire, 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 Bonfire. Huch. Bonfire, Bonfire, Bonfire. Ja, lol. Man, der Näh des Bonfeuers. Ich fass es nicht. Ich fass es einfach nicht. Soll ich mit ihm reden? Guten Tag. Du siehst rechtlich selten. Was machst du in den Katakulern? Nein. Wahrscheinlich ist das Bonfire genau da... Oh mein Gott. Wahrscheinlich ist das Bonfire genau da unten. Also ich glaube, dass das... Ich weiß nicht, ob das Loch da One-Hit ist, wenn wir da runterfallen. Das schwert echt keins richtigen zweiten starken Angriff. Soll ich nur zweimal zustechen? Näh. Wollte ich sagen. Hier kommt jetzt aber kein Boss. Nope. Wenn ich wenigstens sehen könnte, wo ich da hinfallen würde. Ey. Oh. Na, du bist mal eine ungesehene Überraschung. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf, sondern... Wenn er sich schon so anbietet. Alter, diese Pfeile, ne? Das war bei weitem die dümmste Idee, die ich jemals in meinem Leben hatte. Ja, ich habe Besuch für dich. Kommt er nicht so weit? Dann stelle ich mich einfach da an den Rand, ey. Ja, die NPCs machen nix. Hätte ich mir irgendwie ein bisschen Interaktion gewünscht, die so denken... Ja, ihr werdet damit schon fertig. Oder sowas. So nach dem Motto, ja, ja. Feuern wir dich mal ein bisschen an, dann schaffst du es auch. Und dann ist alles okay. Das war meine Hand. So, aber hier hinten haben wir auch... Ah, warte mal. Praise the sun. Praise the sun. So, wie viele wollen wir benutzen? Ich würde sagen... Drei. Also einmal menschlich werden und zweimal entfachen. Zack. Und zack. Ausfüllung, umkehren. Poff. Können wir auch... Nein. Entfachen. Flop. Und entfachen. Flop. So. Ausrüstung reparieren. So. Zaubereieinstimmung, diese Kiste brauchen wir gerade nicht. So. Herr Knecht von Knechten sind es. Wie wäre es, wenn ihr mal selber nachschauen? Geht. Äh. Ja, klar. Die Kiste triggert, obwohl ich ihn runtergetreten habe. Das ist, was ich mache, mein Freund. Die Kiste triggert, die ich aus deiner Kiste triggere. Das ist der echte Schmerz. Okay, was haben wir hier. Läuft. Hm, da habe ich hier ein böses Gefühl bei der Sache. Woran kann das nur liegen? Ich höre, was nicht gut ist. Was seid ihr? Begon, Demon. Eure machen die schon. Oh Gott, die kommt von überall? Kann die jemand wegmachen? Ach du Scheiße. One Hit. Eigentlich, weil es ja dreifach geht. Nein. Oh. Das war dumm Da können wir eigentlich gleich hoch und noch mal einfach Aber warte mal Hallo Ach so Jetzt verstehe ich Guck mal Oh doch Schätzelein Erstmal die Gruppe hier Wegrollen Vor allem wie es einfach gestrahlt hat Zwei krimmige Hüllen hier Oh Ja, ich sehe schon Hallo Hallo, ich bin der Lighty Ja, das tut mir so ein bisschen weh Tut mir so ein bisschen weh Ich bin der Lighty Nee, ich bin der Lighty Das war ja Ich bin der Lighty Wenn ich das nicht mehr riecht Ich bin der Lighty Ich bin der Lighty Das war ja war und wir hatten keine so gute ausdauer sind nicht wirklich für sich heilen er hat einfach nur schlechte weg finden schlechter körper es musste getan werden hallo ok ein neues wunder auffrischung lässt einen hp über zeit regenerieren das glaube ich sogar relativ gut oh gott die zwei Sprung angriffen und die sind down das war kein Sprungangriff und der ist auch nicht down oh yeah kein touch ist das boot wird auch schon wieder irgendwas gehört wenn wir irgendwas in die Wäsche das kann ich nicht zulassen mal komm mal hier ho ich bin hier drin so da ist ein Bonfire da ist ein Bonfire oh yeah ich entfachte dich einfach noch einmal Oh, ich hatte die Menschlichkeit aus Versehen benutzt habe. Naja, was lernen wir daraus? Erstmal aufsteigen. Genau das lernen wir daraus, Kinder. So, ich möchte jetzt endlich auf die 1000 HP kommen. Danke. So. Total sinnlos. So, dann würde ich sagen, wenn ich hier den Part... Ich hoffe, dass es mir gefallen hat, falls ihr Kommenzahmen-Krittex mir wünscht. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir uns weiter voranschlagen. Bis dahin.